Macht werden. Warum? Weil die Bettner folgen. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben in der Zeit, äh, in unserer alten Base habe ich ein bisschen Dias gefahren und sonstige Sachen. Wir sind leicht weiter als vorher, als in den vorherigen Folgen. Ich kann das mal ein paar Bett machen, ich weiß es dir auch. Äh, Lenny auch. Also dieser komische Typ. Dann dieser, äh, verwechselte, äh, blonde Typ, äh, äh, weiße Typ. Er hat so eine schöne Farm hier und da unten ist ein Loch. Äh, ein schönes Farm hier zeug. Äh, dann... Stimmt, ich baue die Farm jetzt weiter. Äh, hat noch jemand Knochenmehl für mich? Oder Knochen? Dann, warte mal, dann... Wenn du mir Betten magst? Ja, Farm, da gehe ich meine, meine Farm ab. Keine Ahnung. Ähm. Ach so, Villager, die machen das vielleicht. Nein, hab bestimmt. Das war bestimmt nicht ich. Äh, hier ist der Rapid Vibrator. Der sagt mal, Halt in die Kamera. Hallo, 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 hallo. Der hat... Der hat... Der hat... Der hat... Der hat hier wieder ein, äh, äh, hier ein Dingspenis reingebaut. Wir haben jetzt Scanner führen, äh, in Lennys Haus. Da ist der Armin. Der hat noch gar keine Equip, der weiß auch gar nicht, was das ist. Brauche ich nicht. Ah, 39 Wollt. Ich habe zwei Ringe hier, äh, da... Du kannst mir erst mal einen Ringe abholen. Äh, Armin läuft gerade ohne Essen, obwohl er die ganze Zeit Essen gefarmt hat. Äh, zu dir, Meelich. Okay, ich gehe jetzt auch essen, gell? Achso, geht's nicht. Ja, kannste auch haben, aber auf jeden Fall. Das hier ist Rokos-Gloch. Armin, was musst du überminieren? Wir haben auch schon einen Wizard getötet, äh, alle zwei, alles Produktion. Äh, kann man auch, kann man auch, bringt das was, wenn man auf eine Axt Schärfe macht? Näh. Doch, ich denke schon. Ja, wie kann ich das sagen? Wie kann ich ein Verzaubertes Buch nutzen? Äh, ich glaube schon. Ihr, nehm hier, Armin. Hier aus dem Zaubertisch raus, hier. Dann legst du eine Waffe links rein, das Verzauberte Buch rechts und dann kannst du zusammen Craft mit Hilfe von Lever. Kannst du nicht erzählen, dass das auch nicht die Axt? Aber was hast du für ein Buch? Äh, und da ist Armin's... Äh, was hast du jetzt gemacht? Guck mal bitte. Nein. Er hat Schärfe 5 auf sein Schärfe. Du kannst nicht verzaubern, Mensch, schon verzaubert, ist so Idiot. Geht nicht. Ja, weil ich habe abzaubert. Ach, ich bin mal weg. Tatsächlich, das ist gut. Nein, da ist ein Verzauberung drauf. Ich habe 3. Ja, wie geht das? Ich habe 4. Ich finde das ein wenig. Ich habe nur noch drauf. Ich will auch was drauf haben. Feier 2. Feier 2. Feier 2. Feier 2. Feier Aspekt. Ich möchte mehr drauf haben. Ja, da musst du Bücher machen. Da musst du ein neues Schwert machen. Nein, das ist jetzt voll zu tun oder was? Nein, da kannst du aber einfach Bücher machen und die drauf machen. Ja. Oder andere Schwerte. Wenn du Bücherregale abbaust. Oder wenn du... Wenn du jetzt zu medisch gehst und dort... Schau auf ein so eine Pflanze ab, dein Haus fliegt in Luft. 3, 2... Nein, nein. Warte, Lenni, ich muss es sagen. Der Dingstilz hat hier welche platziert, dass man hier nicht langlaufen konnte. Das ist ja auch richtig so. Das ist ja auch Absicht. Ich möchte aber hier voll gehen. Ja, selbst dann schon. Du wirst jetzt da wieder hin platzieren. Halben muss ja nicht. Doch. Negativ. Dein Haus überlebt. Negativ. Rocco ist gerade essen. Der Mädel ist auch eben gerade essen gegangen. Ihr wisst halt, wie die Tortur ist. Wir alle schätzen meinen Traum vom YouTuber sein, der auf Bar geht. Bar wird nicht ernst. Armin, was sagst du dazu? Negativ. So, ihr Wichser. Hier ist 31... Ne, nicht mein Loch auf der Sky. Den wollt ihr nicht essen. Die 31... Bitte fickt mal runter. Armin, du sollst hier keinen Weg reinbauen, dass die will in Schlaf aufbauen. Bist du geistig bin. Der war schon da. Ich bin so geistig bin. Da gibt es ein zauberes Buch, Flamme. Versucht ihr das mal auf den Schwer zu machen. Ob wir... Mit 24 Papier kriegst du ein Emerald, das ist totale Abzocker. Sticks. Morag. Wir sind übrigens, was wir starten. Beide im Bogen. Ich hab da... Ich hab da... Ich hab da... Ich hab da... 20 mal mit dem Bogen. 2. Äh... Woraus soll ich jetzt den Bogen hier machen, Lenny? In deinem Angriff? Irgendeinem Stein oder so. Oder einem Clay oder ein Terracotta-Ding oder irgendwo. Das hast halt du schon, das sieht voll nachgemacht aus. Ich hab ein Terracotta-Ding in meinem Pool, das war's. Hast du das Ding? Nee, das sehe ich überhaupt nicht. Das sieht voll verkauft. Meinst du, soll so ein bisschen altmodischer aussehen? So, da hat er wirklich die Bären abgelassen. Ich glaub, ich nehm dunkles Holz tatsächlich. Oder gibt es irgendwie so, äh, verändertes Holz? Irgendwie im Schüssel? Ein bisschen. Also du kannst halt... Ich geh mir einfach mal rot ein. So was? Wie sieht so was aus? Ach so, Re-Infort. Ja, haben wir schon Rot of the Befrost. Was ist das für Ding? Rot of the Befrost. Äh, nein. Äh, nein, nein, dafür müsste ich das Portal aktivieren. Und dafür... Ich möchte diese Regen-Glocke, wie's geht. Äh, die kannst du nicht abbauen. Wie nicht abbauen? Die kannst du nicht abbauen. Aber ich kann sie platzieren. Nein. Äh? Weißt du überhaupt, was der Stab macht? Nein, 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 nein. Man kann damit, äh, so Holz-Woods-Flanks-Kraften, die so die Farbe verändern. Nein. Doch. Ja, ich nehm' die Smaragd. Gib Wod ein, komm, gib Wod ein. Gib meine ganze Smaragde weg. Du hattest nie Smaragde. Doch. Wie viel? Vier. Ähm, jetzt unten dieses Schimmer-Boot. Warte, ich guck mal in deine Bühne kurz. Das hier? Nein, eins weiter, dieses, was so schimmert. Was die Farbe wechselt. Ja, drück da drauf. Drück auf, ähm, Befrost-Block. Unten, im Craften-Rezept. Ah, so, daraus kannst du was craften, sag mir das doch. Das ist cool, jetzt mach ich das hier oben dann. Dann würde ich aber, ich glaub, leuchten die? Das müssen wir mal auslösen. Ja, dann baue ich damit meinen ganzen Weg. Ich glaub, die machen aber keine Farbe. Ah, ich weiß jetzt wieder, was ich hier unten bauen wollte. Ja, ja. So, eineinhalb Sekunde, Klocken, machst du mir dafür jetzt endlich diesen Ring? Äh, Äh, ja, ja. Pack dir die, teile die auf und pack dir die Kisten einmal, ich bitte. Ähm, ich weiß jetzt wieder, was ich hier unten machen wollte. Jungs, hab ich den jetzt zwei Ring gezogen. Kannst du mir noch gar nicht, Armin, grad noch ernst gesagt, wer hat meinen, äh, Emeralds genommen, wie gerade ist du denn? Vier. Oh man, wenn du die Scheiß-Tats-Tatur, Alter. Was? Ja, der, der hat irgendeine, irgendeine Haken in seiner Tatsatur, dass er dann Dauer-Kunze gut hilft. Wenn man halt die Kisten alle zwei Minuten raus und rein macht, wundert mich das nicht. Nein, Kuh hab ich noch gar nicht raus. Äh, Kohle, Blöck oder einzelne Kohle? Was? Jedes Gänse. Kannst du ganz gut tun. Ja, Alter, wie findest du die Idee, die ich habe? Wollt ihr? Äh, ich mach hier so, 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 so ein Aquarienboden. Fähig auch mal vor, aber hab ich nie durchgezogen. Wenn, dann baue ich mir mal einfach ein kleines Aquarium in die Wand. Was mach ich vielleicht? Hallo, Mann. So, bitte machen Sie mir Geld. AK, einen Ring. Hm, Wänderperlen. Kann ich drei Golds, Jungs? Ja, und die letzten schön und ruhig. Die sind da, dass ich das Portal aktiviere. Äh, hab ich noch drei Gold, natürlich. Welcher Ring ist das? Äh, Mantle. Ist das ein Gold hier? Ist das hier ein Gold? Mantle. Eine Goldspitzhacke. Gold. Warte, da ist nichts von in der Zeit. Kaffst du das? Eigentlich kaffst du ein Landestrück. Ich hoffe, wenn ich das nicht. Äh, äh, ich... Brauchst du, ach, die da ist auch nicht jetzt wirklich Holzfaden. Ah, aus den Dingern hier hinten sollte ich das Mana nicht nehmen. Ja, das war mir schon klar. Hm? Dass ich das Mana nicht hier hinten nehmen soll, war mir schon klar. Die Runde? Welches? Ja, das hier sollte ich natürlich nicht nehmen, oder? Nee, das nicht. Und, äh, das eine Ding hier, was nicht befeuert wird. Das hier. Das solltest du nicht nehmen. Ich hab das da genommen. Das ist okay, aber da ist so ein Block, der das verändern könnte. Und, hier ist der Spark weg. Warum ist da das Spark weg? Ich hab Spark. Äh, guck mal, guckst du, siehst du dieses Ding hier? Ja. Da sollte er auch drüber sein. Perfekt. Armin, was machst du da? Der versucht mich, dorthin zu gehen. Du versuchst aber nicht gerade die Villager zu befreien, oder? Nein, ich versuch dorthin zu kommen. Ja, was machst du? Hör auf, mit der Spitzhacke Erde abzuhauen, wenn du ne Schaufel mit hast. Nein. Alter, mir fehlt jetzt sogar noch Eis. Ah, hier ist wieder irgendwas. Der wird freit dir eigentlich nicht. Ich hab keinen Platz im Inventar für Erde. Jetzt hab ich ihn nicht da. Du musst sie ja auch nicht aufsammeln. Ach, jetzt schlafen, sag ich. Das Loch baust du jetzt erstmal schön wieder zu. So. Das Loch baust du jetzt erstmal zu. Kann ich nicht. Ich hab, doch, ich hab einen Block. Hey, du hast doch gerade zwei. Nein, jetzt hab ich Sticks. Nein, jetzt brauch ich Erde. Nein. Ich brauch vier Mana-Dings. So. Hier. Welcher ist gut für... Alle, die das gleiche anhalten. Ich glaube, ich habe nicht überrascht. Nein, nicht die Büchertypen. Dieter. Was soll ich mir da holen? Was ist gut? Haltbarkeiten, Stärke ist gut, zwei. Nein, du sollst hier erstmal die Sticks untraden. Du kannst sie wirklich nicht kaufen. Da ist kein Typ, mit dem er untraden kann. Doch. Wo? Der da? Da habe ich, der da, 32. Ist es billig? Ja. Es gibt. Ich weiß es nicht, ich bin ja. Ja. Ganz ruhig. Immer links, klick und leertaste. Ja. Links, klick und leertaste. Weil, immer ganz schnell, einfach links, klick und leertaste. Nein, nein. Machst du zurück. Machst zurück. Nimm es raus. Was? Die Sticks. Jetzt drückst du links oben auf den Trade. Du überfordert siegück mal, dass ich kein Küper ansatte. Ja, drückst du auf den Smart mal links, klick, bis alle weg ist. Und dann. Nein. auf den dort auch weiter rechts ja noch mal und dann liegt dann lässt das nein nicht immer unterziehen du kannst die stecken dort zu geistig behindert bist du denn jetzt muss man einfach ganz schnell links gewehrt hast immer geht nicht dann hat es nicht ausgewählt du musst links drauf drücken ohne das nichts rein nahe ich bin zu dumm jetzt links klick links klick was macht der typ eigentlich falsch hat nicht angeschlossen tschuldigung das ist ein buchtyp den kannst du nicht mehr gewaltigen du erkennst es an der mütze denn da rechtsklick hier jetzt ist der aber alle zeigte lecker brügelt hat der noch der hat auch nichts mehr der hier er hat noch geil so die nicht hallo hallo er hat offensichtlich 28 man braucht 32 er wundert sich gerade um es nicht geht geht nicht der verraten das soll ich sagen was wir machen was ist jetzt gut was wir so die mensch der deutsche grammatik buch er braucht für bücher nicht verarschen ist diese eine buch und von vorhin gut nachhaltig wenn du den holst bist du maximal dumm ok dann nicht dann hole ich mir bei so einem bücher typen bücher die da sagen willst du dir ein bogen machen aber ein schweres das ist immer noch der holz ich würde mir erst mal der hat nach oben ja ich weiß nicht aus hast du meinen ring lindling 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 hier hier buchen er buch ne doch hier buch vier buch du bist du den typen ich kann leider nichts mehr für ihn tut seine eltern auch nicht die haben die oft auch schon aufgegeben auch falsch jünger steh auf es ist so nutze ich gucke er nicht als er hat gerade versucht er hat seine bildung dabei gesagt ja du musst einfach jetzt hier was hat er fast gemacht wer deine wille ist zwei unendlich mann wenn ich halt doch deinen maul und hoff mit dir selber zu reden wenn er mir was sagen will er was ist ein sex seine bildung frei gelassen wie denn er hat sich so in gebaut er hat er hat gesehen dass da will ich da waren und hat sich irgendwo runter gebaut und irgendwas nehmen sich abgebaut hast du bist so dumm armin weil zu einem einzigen frei gelassen der geist legt dann ganz haus in die luft gesprengt ja was mit der schaufel ab obwohl du ne axt hast jetzt gibt es auch einen ring der speed gibt leider nicht schade ich kann sie mir einen hazing machen bitte eineinhalb sechs kohle blöcke habe ich dafür gesteckt habe permanent welche ich habe mehr als eine halbzeit jetzt muss ich aber noch einen davon machen so kostet vier mann aus der ruhe und eine spitzhacke ja ich hab aber kommen neu machen na ich habe aber noch neun mal nach stil was soll man davon liegen welchen nimmt ja aus der kiste welche vielleicht haben wir baut es zu haben du musst bei lenny einfach mehr in die ändertruhe packen da hat er seine kiste zugemüht spaß klauenfahrt ich sag mal seine ändertruhe und werf sie weg in lava nein ich habe ganz viel müll bei mir drin nämlich das ist sehr klug das ist sehr klug da kann seine wichtigen sachen verstecken dann in den normalen kisten hat sich beschwert dass seine emirates wechseln ich so wie viel hattest du denn hier eine frage auch nicht ihre jobs erleben nachts über über 80 ich glaube da gehen sie rente nee ich meine diese zigeuner die zigeuner die zigeuner der pet sagt ja okay alles schlafen legen sonst wird ami wieder gekickt alle schlafen legen ich steckst du auch es ist geschlafen ich mach deinen scheiß ring jetzt halt die fresse dann ich nehme bitte bitte ich will doch nur dinge an das geschlafen warum das bett ist nur noch lenny und wenn ich mein blenden penis bei die gemerkt habe ich ausgemacht hat bleibt so dass ich gute gar nicht das deko man stehen die jetzt auf die genau ja ich war nicht hier das bin ich denke mal so schnell dass er zweiter menschen macht wo wir haben sex das baby ja ich weiß ich habe den essen hätte ich so töten dann geht es aber jetzt brennst du haben wir noch ein glück leck 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 eine frage wie viel würde ich sagen wer so von emeralds effizienz vier buch wert 15 20 aber es ist mir so scheißegal ich mache das nicht weiter ich mache jetzt für diesen preis man kann welchen denn vier buch für 52 ich mache das denke ich habe noch einen weiteren ring jemand eine gibt es nicht richtig ich brauche ich habe jetzt noch ein fleck hören wir haben nur ein baby zwei mann lenny ich hatte für mich die effizienz fünf mal fast auf an dem bei findest kann wer für mich heute habe ich dann jetzt in einer bonter ja ich gebe dir noch zwei ich dachte mal er denn da ganz in der ecke ist der von dem arbeitslosen ich dachte machst du den vierer jetzt aber für 52 emeralds dann kann ich den einfach weg machen ja habe ich ja gesagt macht die weg es ist egal welchen ich aber wenn man die anderen können nicht verlieren jetzt zieht durch ablaken da hat er schon geschlafen ich weiß ich wie es der feld schon geschlafen oder nicht oder nicht nicht zu mir oder was denn was macht ja die wird abgerissen ich meine dass die bei dir irgendwo schon nein ich möchte eine brücke bauen aber nicht bei mir mach ruhig aber versucht die schön zu bauen wenn sie wieder abgehten die kann nicht schön sein weil der steg im wasser schon mal liegt vor allem ja ich nicht mal auf die hier kaputt ab ja jungen lasst doch warte 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 was soll dass er baut hier sand ab hast du es nicht gesehen doch aber trotzdem dafür nicht töten wir haben gesagt wir bauen vor der base kennen sander weil es immer ultimativ hässlich aussah das war schon und fand ich was du gemacht hast nein auf der linken das war schon ich wollte es gleichmäßig machen okay ich bin dann oder du solltest das ja auch bei mir eine brücke zu bauen ich will keine doch ich habe ich will schon bilder rocko hat mir eine wunderschöne früge über die reicht erst mal wenn ihr von von denen ich mache jetzt eine blöcke ab was dann der vor seiner brücke war so ein loch mit sand und er sagt anstatt das doch einfach zu stopfen behüllt er das ein macht das einfach noch größer das ist doch lenny ich habe doch verbrannt feuerzeug geholt langweilig ich werde den typen ganz anzünden er versteht sich als jetzt was macht er da weiß ich ja auch nicht magisch einfluss gerade mit seiner leichte im see ich habe deine kühe vermehrt ne ja ich habe schon gesehen ist auch ein sand loch aber ich bin wenn du noch irgendwo in sand loch macht er hat er der genaubt oder er sind dann aber um erde jetzt bei ihm zu platzieren Gott versteht es nicht ich baue schön er macht erst mal drei sandflöcher Armin was hast du da gemacht warum brauchst du so etwas es ist ein neta weg penis der brennt immer er auf es gemacht was er eke hat weiß ich was mein hast du mein hast du krieg sogar kohle ja 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 eben einfach nur versprechen das hier nie wieder abzubauen was abzubauen das war es gerade immer an der base gebaut habe das sieht nämlich ziemlich gerne mit sieht gar nicht schlecht warum hast du nie wieder ab das hätten wir schon mal abgebaut also das ist das ist nicht wacht was hast du denn gebaut bei armin ist lustiger nein er macht wasser weg war der 6p und sollen wir zeigen bei der stiablöcke sind allerdings ein sexy ich muss sehen ich muss was zeigen ja er bei deinem haus hat man gebannt diese scheiß bärenböche ich hab die auch vermehrt armin hat es abgebaut habe ich zu vielen platziert ich hatte vor die bei armin vor seiner haus zu machen ja ich weiß ich mache ihn vorstört er will ich habe jetzt reingemacht dass man dort endlich um den schaufeln abbauen kann nicht mehr mit der spitze das ist lange dauert aber kommt nicht so bist du kommen was machst du da für eine brücke die wird dann halt auch wieder der weiß dass das geile ist ich habe sogar spaß dann beim abreißen weil ich wollen klicke dort ich mache den armin macht der auf deine anbau in deine richtung aber nicht in unsere er macht kohle du kannst den stadt abbrechen dann kannst du damit vermindern einfach ring auf dem mann thiele schiff links klickt jetzt habe ich hast ich mir doch besser pvp ich weiß nicht das infinitiv für sechs aus mal immer kann schneller schlagen damit das ist das denn kohle reingelegt kein thema städte zwei sekunden länger was baut er dafür eine brücke hat so holz fahren ich brauche gar keine effizienz mehr wegen dem hasting er macht mich halt auch kein geile schwert geiler ist und niemand braucht man es langweilig ist langweilig schon gesagt haben ja wir wollen diesen drachen könnten also das will ich nicht ich war noch dabei ich habe gerade gefragt ich will hier bleiben ja das gefragt ob ich dabei man hat einfach die geschichte erzählt mir die antworten zu lassen da war die holzbrücke schöner aber die muss abgerissen werden wir nicht die aber das hält nicht die sicherheitszustände oh mein gott will zu krieg will zu krieg ok krasser feil ich habe bis jetzt verloren locus penis ja ja den namen finde ich gut armin es tut mir leid aber armin das hätte uns noch weiß ich nicht ja wenn du jetzt einfach so eine blöcke bauen du sagst du blöcke bauen darf aber nicht aufs dirt sein und die darf nicht in meine richtung gehen so auch wenn ich wenn die einfach so als würdest du da rüber als würdest du dich darüber trauen er hat übers heftige also sie auch über so eine erdbrücke mit pflanzen die zugemoost ist ich habe da so typen getötet ich brauche 30 level haben wir es erwachsen ist das stehen ist nicht korrekt aber wie das hast du dir etwas verdient das ist doch mal ich möchte aber nur das ufer verbreitern machen ich möchte eine schöne brücke dann okay zeigt mir deine parriere wo steht hier deine zulassung wo steht deine zulassung warum nicht das so schön bausten dafür doch mal ein bisschen was fans zu viel das ist eine mini brücke halt mal dein scheiß maul der ist es nicht 20 im meter und block dritte digga hat das maus da muss ich aber zu viel fahren guckte die babys an wie ich sie vermehre mit deren eltern so geil können schafft auch karotten essen wie schreibt man hat er noch englisch die gibt es sogar ein wie vorst ja ich habe ich ja aber nix wenn du ganz zeit ehe dein ding ins macht so lernt er nicht okay ich muss alles entfahren gehen ein bisschen sehend herr kraft oder einfach wird also ganz in dem du ja das hier wird ein haus aufgebaut es liegt an hamachi es gab fast ertrunkene der fluss ist zwei blöcke die wir fast ertrunk ich mache es doch wieder schön wenn es danach nicht schönes fachlich dann hause wir machen die handwerk und macht erde hin immerhin der fand doch klein ist doch schön nein der zieht coole ja ja die hast du nicht in ruhe wenn du nett genug bist ja die armen du wirst da schön wie das sand hinbauen wenigstens die oberste schicht alles ist das dumm aus mit pewien normal ja du bist gefangen gehalten nicht fest dass die unter dem block hin mein eigenes gerade weggebracht ich gehe als hin und zieht den an aber nicht den zornen wie kann er gerade eine nachricht von bravo lotto an nicht bei mir das war ich das anfang frau das war der sound von korn master schon so weißt du wie bravo lotto klingt wie schön als echter schon der kummer schade war jetzt natürlich nicht so beabsichtigt sie hat sagen so jetzt band er dich als ich hier geht als ich will niemals schieten unterstützen das ist echt wenn er noch gras überwächst der passt einfach mitten im fluss hast du immer weg du zigeuner wie viel baue ich jetzt damit aber man kann einmal einer einen erklären wenn man verzaubert kann ich irgendwie warte mal warte mal armi wird so eine unendliche knochenmehl maschine was ist brauche ich nicht auch genau nicht und nur nett sein der kummer wie schön er das macht war doch einfach unter was sie ihn einfach in ruhe er baut ist eine brücke für die drei blöcke die dann noch sind an wasser dafür baut er jetzt eine brücke ja und die bauter aus sand und die bauter aus sand eh mein spiel geht nicht ich starte mal kurz mein pc naja könnt ihr amig vielleicht mal eine brücke zeigen die gut aussieht vielleicht merkt er es ja dann selber ah das kann man so entscheiden perfekt so wer von euch wichsern heimischen schlafen gehen reichen an loben habe ich auch noch nicht ich brauche immer noch nicht wieder da warum man dingen nur singen kurz schnauze halten so hätte können wir jetzt haben wir nicht in der tagen der auch schnell wieder das jetzt kurz mpc noch länger welche was erklären und ich habe ich nicht noch mal das nächste nicht unter wasser wozu braucht das luft zu atmen ich habe nichts gemacht ich wieder hat ihn wieder angehort man ich möchte ender chest mitnehmen dann nimm doch einfach die porte beendet solche eine machen ja das ist überhaupt endet die ich entberen kann das ist mir das dauert fünf sekunden eine zu machen ja wirklich obsidian jetzt geht es schon schwierig eine brücke aus sand zu bauen haben wir schon abgerissen da fehlt ein block bei bieten oder wie so kann er kein jambus zwei machen genau so funktioniert das wie ging dieser freestyle noch gleich ich habe jetzt genau drei stecks jetzt ist jambus zwei was willst du ausprobieren die spitze hier ich habe hier eine jetzt auf terrasse gemacht auch wieder ein ende hoge rein leute über zwei blöcke ja dann können wir jetzt ändert auch gemacht lenny ja wenn ich eine switch kann es sein sehr viel ohne die spielen aber es liegt an mell ich muss dann immer zu mir und merken eine frage hast du hast du mario kart natürlich aber man soll ja dann jetzt um online zu spielen habe ich auch das zu zweit auf einer switch spielen ja natürlich dann komme ich einfach immer zu meld ich nicht mal das geht gar nicht muss ja eine andere kaufen ich habe schon gold mario gold mario kann man sagen ich habe eine hübsche brücke leute kumpel alter armin so geil weiß was nachher wieder wo ist das eine brücke da kann man die nach dem stadt das mit rumlaufen das ist bei mir zu hause wer jetzt macht er liegt bei mir zu hause so kann ich bei den ender portal noch zwei die abweist da weiß ich euer hause ja aber das ist das nächste was ich je gesehen habe das portal ist noch eine ecke die wird abgezweifel 1 die noch gar nichts ist doch war was du die wahrheit oder was darum damit habe ich gerechnet das stimmt zick zack schnackt die enge ist weg so geht's gut gespielt pardon die spielzeuge nicht hallo ich gebe mir meine spielzeuge wieder haben eigentlich gibt die herrscht gibt jetzt fünf dias ich habe keinen protection wie viele hast du netter spitze ich behalte die armen voll ich habe sieben die aus 8 9 10 50 millionen ja bringt mir nichts ich sterb oder so der war schon wieder schießt den typen ab der hat habe ich einfach nicht abschließen aber ich will dir es ist viel mehr wert ich gebe dir ich bin dir noch mehr zu dir ich möchte man möchte ein gutes schwert haben ich möchte ein gutes schwert einfach schatten ist ein zum andregen 1 ich habe scheiße eins ist das gute ja 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 ich würde mich nenni wird nicht verarschen was sie gemacht dann muss ich machen und dann kriegst du sie klar gegenwert nein ich habe sie ich habe sie vorhin selber gesucht und hab's nicht gefangen ich biete dir einen guten deal an irgendein idiot von euch soll sterben er hat die kinder ausbrechen lassen von den villagern wer war behältst du meine schenke ich droge doch die können durch eine lücke springen dass eine lücke ja die ihnen aber danach runter wieder zu ihrem bett war dann bis nachts ist hat sie versiert gar keinen anbrechen das ding hier so jetzt habe ich meine ändert ist immer das weiß ich bin mir mal kurz zu armen ich muss ich meine spitzhack auch geben weil ich weiß ich bitte auch solidaritätsgründen können oder kann ich mir jetzt erst noch werden wenn ich dann war hinzustellen aber ich habe mich hier nicht mehr runter weil ich ein spitzer gehabt ich gebe amin meine jetzt amin wo bist du ich bin ich habe keine klochen werden aber ich mag dich mal zum dorf dich mal zum dorf wird ein haus haben wo dein haus ist in welcher sich ein haus gibt weil ich finde es kein problem haben jetzt sonst baue ich ein haus einfach ab wenn ich mal den tee benutzen ich will wissen wo er ist warum hat der typ keine knochen 6 woher hier im panzen hat oh mein gott ich habe mich erhöht ich habe mich aus guck mal nicht und nenn ich haus liegen zeit noch was kannst du das essen abbau und ich bin dann bis zu armen gelaufen extra er aber bitte nach pflanzen hatte ich nicht vor amin ja das war auch so mir kann ich die warte stehen kann ich vertrauen bist du vertrauenswürdig amin ja bin ich hier okay gib mir die bitte zurück bitte nur kurz ich wollte nur gucken ob du mir zu geben würdest ja das hey das würde ich haben die getauscht nein ich kann nicht meine aufnehmen wie hattest du ja diesen aneinander gesteckt guck guck doch nach ich gehe weg kannst nachgucken geht nicht doch doch die mal auf dem wohnen guckst ja ich weiß es gelassen wir stehen haben wir hier einem armin jetzt bei stehen so sämtliche hast du ihn für das bitte hier und spitz mit verzaubert mir jetzt die kaputte einfach wo er geht mir die andere es ist genau die gleiche aber die andere ist so großland meine school aber halt doch nein nein bei mir ist sie sogar okay ich habe jetzt hier eine axt und ein schaufel der schaffel holz ab nicht das bett auf jeden fall kollega da mit der spiel kollega armin jetzt an sein haus aufzubauen und jetzt noch seine tiere frei fangen hier unten an kommen jetzt erst mal auf du hast gerade zwei leuten habe ich mit zack abgezogen war sein das habe ich nicht geschenkt digga so auch unauffällig so als hätten wir es nicht selber nicht mitbekommen wir sind vier leute auf der ist ja oder so fünf jetzt eine spitz hatte wieder melik ja ich habe keine dreckswüste in der nähe ist hier gibt es mir meine spitze kraft sich um entschieden ich kann noch mehr kaputt machen wir tun das ganze zeug beim leniner die kunden hat die tun okay dein haus wird abgebaut es geht für dich immer nach hinten los merkst du es nicht mir eine spitzhacke und ich werde was cooles für dich machen vertrauen mir ist noch frieden mit einem richtig guten bogen danke und gib mir die mehlec denn mehlec war immer korrekt zu dir sehr ehrlich ja und dann will ich noch schwarze schwert ja man will ich noch ein schwarzes schwarzes hier ist noch kann ich dann muss eben auch netherite schwert sogar nennen die erschwert hat jemand von euch 30 level will wenn ich sehr kurze gehen kann bringe ich wieder herrlich du hast das scheiß loch jetzt er nimmt jetzt mir ich spitzel kommt von lenny das haus ich sehe das doch dann schwert in der hand lasst den penis stehen die lenny die armin guck mal auf die kommen auf die gelten eine schau an die bestehen guck mal zur türe lenny wo sein ende ich wollte es doch haben da eben deswegen wollte ich ja deine clown damit doch jetzt mal entscheiden mal egal auf was entscheidend einfach dass die 30 zuerst angefangen oder nicht nur gerade meine kind zu tun wollte zu sein haus jetzt abgebaut da bist du selbst ich will nicht mal welchen nehmen wie viele hast du alles in die luft gesprengt ich habe geschaut dass wir drei schwert für dich das gibt mir ja guck mal guck mal zu mehle die kommen zu mehle kuck zu mir ja sofort ja nicht bewegt was war der eistig ist ne denn der hilft mir man den darf ich nicht eilen was denn ich habe nichts gemacht was denn ja ich habe stellt für dich armin was habe ich gemacht hallo da liegt ein schwert hallo ich kann sich aufheben ja das wollte ich beim lenni rein tun aber die länder wer auch immer sagt du wirst wieder platzieren das haben wir drei kisten von mir abgebaut das habe ich nicht so hingestellt dass wenn ich mich vorher schon sieht natürlich nicht aber immer noch medik spitzhacke jedoch jetzt mal weg von armin taus junge lässt mich in los und baut ab noch einmal habe ich ob schnell topschnecht hier dann schwer das soll zu haben ja man sagt es doch einfach zu den typen sagen dass wir eigentlich sagen alle gewick ja da ist sechs kannst du armin kann man geben warum warum ich habe nicht wasser bei die medik jetzt brauche ich wieder ganz ob sie anscheinend bei mediken herz provoziert ja besser als bei armin attackiert das armin schönes haus in ruhe hatte da nichts vor aber wehe du greifst ein feld an ok oder die wenn ich selber dann schuldmählich würde ein wasser einmal platzieren das was mit dem feld ich schwöre dir ich werde ein kommendes leben auseinander ich habe noch eine platz vom hh ich mache das gleiche mit dir wie ich mit meinen tisch gemacht habe warum ist ein tisch so wegen wem ist ein tisch so wegen dir jetzt über das auch von mir so hingerichtet moment beschwingen dir wo denn wo denn nach ja natürlich aber wo hast du denn nur weißen ich habe noch mit ihr später gefühlt ich habe ihn auch weizen ja nämlich und die rüste kann ich ja auch noch geben also 24 tier kannst du mir das auch machen und die leute an der linie für eine betreffende sich die physik von wasser so behindert ich muss meine blöcke meine die dann nicht da doch das mehr dass wir schon den hälften gegeben und das andere kostenlos so schwierig zu produzieren vielleicht habe ich richtig und ein gingen du bist du das sollte geben mit dir schmerz kann es nur theoretisch zurückhaben und hier einmal fuhrt ihr oh nein das war die falsche das hier ist die richtige ihr krieg hat begonnen jungs lauf rein sehr gut aber da ist es gekauft wird so wie damals wollen wir das weg machen ich meine jetzt hat jeder krieg hat was ich meine ich habe ich habe hier hat sich die ergegeben er hat auch sogar schon 32 gehabt sehr gut armin zwei von zwei klicken explodieren ich habe kohle für dich das ist ja gar nicht ich habe 36 glücke gegeben ich habe ihm schon mehr gegeben habe ich dir schon gegeben bestimmt mehr gegeben ich habe einmal 6 doppelkiste aufgefüllt ich habe beide kohlenblöcken oder was nein kohle liegst du du knecht mir erst mal dein feld angucken ja die an die kürze haben der kürze waren kriegt immer ein bisschen weiter tiefer unten an hier oben schön weil das muss ich gar nicht gucken ja warum auch kaputt das ist das weizen abgebaut näher mich so sehr mich zehnmal getötet einfach so komme ich in deine base und einfach getötet er mich ohne grund getötet sagt ihn doch selber mit gewollt ist das wert von armin abstauben warum sollte ich dich was hast du darauf gemacht schatten ist 1 und effizient oder was nein ich wollte meine spitze die er mir geklaut hat die hast du schon hier hast du kohle egal ob wir haben in essen bitte platziert das wieder gar keinen fall das ist auch wirklich erdenlos das ist mir egal jetzt begann ich habe gesagt wenn ich ein einmal kipp euch nach feld ab haben wir euch seit wir haben neu hin was ist bei army passiert der zombie beschützt medics fahren das ist einfach alles wieder hin ja aber es ist finde ich ja irgendwo auch gut ich kann die tiere von armin verwendet wollen wir jetzt die weizen heibern brauchst du nicht bitte die ablauf er erst schon ein mir gestohlen zweimal steil block ist geil wenn ich wenn man ja da war ich dabei möchten emmels schimmer ich weiß nicht mal nicht mal eingesammelt hast weil du das wert von armin wollte wollte ich nicht warum soll ich denn schwert haben haben bis dann hingelaufen weil sie gesagt hat okay armin soll weggehen ich war schon vorher bei seinem haus du kommst du tötest mich sagt armin gib mir jetzt meine spitzhacke wenn er wollte ich eher deine spitzhacke haben als ein schwert das würde mehr sinn machen warum sich ein schwert haben wollen ob ich das geschaffen habe in zweiter fünf dann wollte ich nicht ich hätte gesagt das würde eher sinn ergeben als seine logik das schwert von armin klauen wollten wollte wir machen jetzt in der drachen oder nicht hier bleiben ich habe einfach so ein schönes haus wir kommen doch auch wieder hier wenn man den besiegt dann kann man nicht mehr weiterspielen wir gehen dahin gehen den und laufen wieder zurück oder gehen da halt noch mal hin um ins 2 zu gehen aber wir sterben und spawnen einfach hier ich brauche aber es kann sein dass deine ganze farben dieser stelle ist von ihm wenn er wenn er böse wird und seiner colibri form zurückfliegt du kommst du bist ja behindert ich habe ihm diese teppich hier gebaut und er baut noch Zauentose hin jetzt sind alle scharfe feistig scheißegal die wir heute er ich kann er ich ich was hat funktioniert ich bin wieder da ich helfe dir ich springe automatisch schuldigung genau jetzt ist jetzt kriegst du nicht mehr automatisch ob sie sich stellt hallo zurück 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 da sich ganz nach rechts ziehen es ist ganz oben aber zieht ganz nach rechts das ist variabel ich habe es einfach auf 28 ich mache so spiele ich besser so spiele ich und so vor ich spiele fäder sind immer so das dachrige genau das ganze aufheben und wieder um so wenn du willst ich will nicht lassen liegen das will ich nicht ich will hier bleiben dass man zombie töten ich will hier bleiben ja so genannte die rüstung gibt sie so eine enthalte das extrem viele kühle aber extrem wenig scharfe er wird es gibt sogar auch zu scharfen das kann ich für dich machen kein ding das mal jetzt für den mehlig was was man gegen das kleine entgegenschädigung außer du magst ich würde ich sagen pech gehabt das ist auch heiß 6 nicht bei euch und schön weg zueinander nein ich will keinen weg zu ist es ist ein speziell gemachter weg ich hab also ob sie die jahren und wahrscheinlich nein ich habe einfach nur mit der scharfe rechtsklickt und das sieht toll aus aus diesem weg das ist nun hier macht denn so wenn ich hier die schuhe ausziehe ich habe immer so viel ich habe in der augen alles was ist man verstehen dass ich die schuhe aus die aha ich habe hier rum muss jetzt endlich frieden schließen darf doch ja du waren kürze zu mir einfach so sagt einfach ich soll den krieg angefangen wollen wir frieden ja du hast blablabla wenn diese felder zwei iron sensor aber auch schuhe an armin du hast keine schuhe an jetzt sind hier gemacht ich werde ein aquarium als boden was hast du denn material wie komme ich hier raus ohne kam es noch einzusammeln das ist eine geile idee aus welchen material ist das aquarium bauen ich weiß ich werde wahrscheinlich so aber wenn ich ja das habe ich kann warte mal warte brauchst du nicht an den du brauchst hier an was hast du mit der ecke da hinten was was mit der ecke aktuell ist dass du so eckig ist die creeper löcher packen ich am meisten aber ich war ja eigentlich das wäre das ist so ein ob sie ich bleibe spaziert wieder das findest du wenn du wenn du wieder so ein reing kann man es auch kraften ja man kann es mit moving reinforcement machen und kann ich kann ob sie dann aber doch geht es wollen wir haben ihn wozu groß obsidian kraft ihr erst mal die schuhe mehlich hat die genutiert gegeben malmählich 32 gehabt ja aber er hat ihn auch noch mal genug die erst gegeben also kraft ihr bitte einfach ich hab auch geschehen mit den endert becken aber nicht an ja brauche ich auch noch nicht sonst mache ich sehr kaputt schützen aber auch sonst doch dann auch kaputt doch ich falle auf die füße gar nicht du musst abbauen kann ich doch rumhüpfen geht es ich hab nicht mal schaden gericht in den bären lassen es alle haben ihn machen wir werden aber du kriegst drei dia blöcke wenn du den weg wieder normal macht ja ich hab 50 hallo du da du da ja komm mit die fischen sie drei spitzeige darauf geben wir noch nicht wenn ich nicht mehr müde ja 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 komm ich glaube einfach hier in den tp durch den ok ich habe 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 es fehlen genau zwei ende augen ich habe ich habe ein spielkunst neu starten ist schon gesucht vorhin hat er doch gesagt so richtig jetzt das ist mitkriege krasse koordinaten ich schicke mal kurz die koordinaten über das war die erste aber ich muss sagen in welche richtung wir dazu laufen macht ihr bitte aus der erdschule okay aber die werden dreckig wenn er doch schon und jetzt essen nehmen wir mehr zu essen mit auch die leute ich habe so kamer bekommen stop leute wissen ja warum bin ich jetzt gestorben aber weil jeder zählt sie jetzt wieder zu leer aus der flugschaden wird annulliert solange er sich die leiste auf eigentlich so eine tür bildet hierher so niedrig drüben r dann machen ich habe es für alle der stirbt noch einmal haben aber er ist nicht nur schnauert die rüstung ist ja ganz gestorbene gegen heute sagt man war es war es war nein aber ab und jetzt die pehre wie schaut ein bisschen du darfst ein haus abbauen bei uns in der Welt wir auch ja okay dann laufen wir jetzt ein armig damit ein ganzer arbeit und laufende durch hierher und ich kann so langsam hier warum hat der jump ist anstatt speed gemacht verstehe ich einfach nicht okay ich ende ist wenn ihr alle rum heulen wo ist an was willst du wix nach der armee wo bist du bei mir ja okay dann kommen das auf mich mit deinem schwer zu schlagen was willst du noch machen dass du bereit bist du hast doch gerade essige packte nein habe ich nicht doch das wieso kennst du nicht wohnen müssen wir eigentlich wie viel essen habt ihr leute du hast 35 karotten und um die 100 seien deutlich diamanten und 100 bären warum kriegst du mit der mit vom mitarmen das genug ich bin mit was das geht allein jetzt sucht mich doch richtig dafür laufen alle zusammen ja doch ich das auch vorgelaufen kommt zurück ist auch nicht zurück wir müssen mit armen gehen damit sind wir zwei stunden unterwegs wir haben ja schon vorgelaufen jahre kommt ich habe noch 306 ich habe das typ sie erst macht obwohl er 50.000 stecks hat du hast genug ich habe keinen bogen leute das war doch nicht weg all das stimmt bei den xp kann ich dann erst mal die ganzen wechsel über die uns das ok ok von rein springen auch nur die xp ich brauche meine rüstung im blotter sky sterbe dann werde ich sowas und zurück zurück zu unserer best und das andere 43 ok zwei sehr wir sind schon fast da 800 blöcke plus 600 1400 ich habe es für ein pferd gemacht natürlich habe ich bin das nicht mehr gerade mein schon ich habe mich einmal voll aufwollen lassen was braucht ihr nein habe ich nicht ich wollte das ist die mann treiben es wird aber zählen wie wir kurz bohnt machen ja da kommen ne leite zwischen zwei den tollen würde durch den slash wälder rain nein 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 das ist eine lüge aber das wäre das ja nicht doch einfach schon mit 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 ein bisschen ausgedacht da wird es in mein boot sein wir in deinem wochen müssen ja von mir gibt es durch da vorne links ab und ich gucke ins wasser was heißt ja wenn du dies jetzt was heißt jetzt ist denn okay let's go oh mein gott ist ja viel schneller wir müssen jetzt glaube ich noch mal warten bei armin in real life oder ja 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 nein nein sagt deine mutter soll ihr maul halten noch mein zimmer kommt die dänen kopf muss ohne zu reden nüster amin mit der ist sein die bräuchte da hinten noch ein bisschen rum genau ich habe so lange wieso gehen wo lang wenn ich meine ich ja scheiße weg geben verfahren bis zu ender reden also geht nicht weiter weiter ich bin bald alenny ist bald soweit jetzt was noch im dschungel ja armin laufen wir dran vorbei armin du hast jetzt zehn million sechs essen mitgebracht warum isst du denn nichts großgleich zum sparen ja das habe ich bekommen das wollte ich gar nicht da habe ich habe ihn abgehängt wir können ja auch ohne armin kann ich gar nicht sehen danach ist das spiel übrigens vorbei dann können wir nicht mehr auf dem server naja das ist die haste in hardcore kannst du auch weiter spielen nein kann man nicht kann man nicht doch nein kann man nicht dann ist es zu ende ja aber wenn du die ender drängen bisschen aber wir sterben wenn man sollte wie sterben ey guck mal die loser sind noch im früchten wald wenn du den ender drängen besiegt ist es wie hardcore du kannst ich glaube es aber so ist das gemeint hey dp n als ex-directed alle anderen ein ex-directed p er war ein nur was wir haben er hat sich auf den Sender Alnäden also Lenny aber eine Lose so sehr in der einen doch nein nein bitte nicht ich habe gerade so lange gebraucht durch den dschungel bitte tut mir das nicht wieder an bitte nicht auf dann die noch mal hin nein ich mache jetzt weiter nein jetzt habe ich ein billiger geschlagen ich habe noch in die kiste warum hast du ganz gelootet muss einmal komplett durch den dschungel ist so viel weiß da lang wenn das so schwarz wird dann musst du tatsächlichen lauf doch jetzt in dieser richtung eine frage lenny wie hast du die sollen gemacht dass sie so diese linien haben da ist der raum genau markiert wenn dann dich an der stelle so meinst du ich habe ich habe ich ganz knappe aber ich hab dir das ist nicht mit quats briggs weiß ich doch nicht also höher als ich muss nicht so weit nach unten kommen also ich habe auch ich habe jetzt genau unter mir sein der stil von nanny wird leicht kopiert hat jetzt irgendwer zwei augen dabei ja aber ich habe ihn rein setzen ich habe 16 dass die armen rein setzte ein paar welche dabei haben sie haben doch gefragt ob es angeschossen warum legst du drei sachen in deinem inventar du bist angeschoben ne bitte gar nicht um die china gleich wirklich an dem scheißskelett ne ja du hast ja gerade zwei sachen zum essen ja rechtsklick jünger ich kann nicht essen doch rechtsklicken kann er nächstens lecker bei ihm es geht bei ich bin ich auch ja was waren das gerade so ich hab so ein bambus ding habe ich noch nie gesehen wie weit ist es nicht mal zu tp mich mal zu euch habe ich verloren so da wurde erst mal alles obsidian was hier im portal ist abgezogen ja auch ein spiel auf der neuesten mission es gibt ja sogar bambus kann die nicht neu rein mit bambus ja dann wundert er sich warum das aber nicht scheiße wo lang geht 300 warte wir sind doch schon da oder ich bin hinter mir ist wir müssen in die richtung hier war der lenni wo bist du ja ich wollte ich wollte jetzt auch mit sie ab dann machst du ja dann wird es halt komplett lecken einzig wo bist du denn ich finde ich nicht mehr ich bin in der richtung sechserler gegnern wo ist der 660 was sind enderman hier sollte es sein ungefähr wie kwarzen bekommt mit x-ray richtig unnötig wieso bist du im nether bis zu jesus der muss sogar wenn wir nicht meine aufnahme anhaben ja nicht eine stunde 20 tschüss ihr meine rückkobinchen und du meinst eishex hasen